problem 328 ci folgendes problem es hat angefangen mit diesem lämpchen und mit den beiden lämpchen das heißt abs sensor hinten fahrerseite kaputt dann ging auch mal das hier an kurze zeit später ja ich kann jetzt also sind auf die automatik ich kann jetzt noch vorwärts fahren hier gar kein problem ist alles gar kein problem vorwärts fahren vorwärts fahren geht so jetzt rückwärts rückwärts müsst ihr jetzt mal gucken jetzt keine bewegung so jetzt lege ich den rückwärtsgang ein hier und sagt er will rückwärts aber er kommt nicht also ich gehe noch mal in n so und jetzt rückwärts der versucht zu packen im getriebe aber nichts passiert so hier drunter habe ich schon geguckt sind alle steckverbindungen okay aber ich weiß nur keinen rat